Die Rennstrecke und sogar an der Decke und unglaublich schnell. Steuere dein Flashcar mit der Fernbedienung für ein unvergessliches Rennen. Vor und zurück, links und rechts. Die 360-Grad-Drehungen sind spielend leicht. Und einfach toll! Flashcar bewegt sich blitzschnell. Man kann sogar abends spielen. Flashcar ist mit roten und blauen Lichtern ausgestattet, um auch nachts sichtbar zu sein. Spiel mit mehreren Flashcar. Du kannst das Rennen am Boden, auf Fenstern und sogar an der Decke oder Wänden stattfinden lassen. Spiel den ganzen Tag und dein Flashcar fällt nicht herunter. Es reicht, den Betriebsmodus vom klassischen Rennen auf dem Boden zum Rennen mit Antigravitationssystem an der Wand umzustellen. Zeig dein Können und fordere deine Freunde zu einem spannenden Kopfüberrennen heraus. Flashcar ist ganz einfach zu verwenden. Es ist mit USB-Kabel, PC oder tragbarer Powerbank aufladbar. Aus hochwertigem ABS-Kunststoff hergestellt, ist Flashcar leicht, aber gleichzeitig strapazierfähig und robust. Die Wände werden nicht beschädigt. Schluss mit sich langweilen oder allein spielen. Amüsiere dich mit deinen Freunden und diesen hochmodernen ferngesteuerten Autos. Mit Flashcar wirst du in jeder Hinsicht Spaß haben. Flashcar – das magische Auto, das an der Wand Rennen fahren kann. Turnip läuft in die Ecke in Lebensmittel auf Stromaube oder bei der Wand Rennen fahren. Wir flyer dich mit einem neuen Super-AG-Uruss. Die Wände werden nicht mehr so großartig, sondern wir sind ja noch flüchtig. Wir schauen, um die Lieblende, die Menstruierung auf den Boden verhalten zu haben. Verhandlungen an der Wand Rennen durch den T framgängen auf der Wand Rennen aus der Wand Rennen uschreifen, Vielen Dank.